Wie ist das im Dua? 120 Wimpern und drei Augen und dann fängst du an, den ganzen Körper zu gestalten. Das ist Ertida. Was heißt Ertida? Dass man überschreitet. Und die Überlieferung ist, bei Abu Daud, ein Sahabi hat seinen Sohn gelüttet, als er so viel Dua gemacht hat über Einzelheiten im Paradies. Im Paradies? Auch, was du nicht machen darfst, ein Ertida, ist, einer hat dir Unrecht getan. Zum Beispiel, einer hat dir 50 Cent gekauft. Okay? 50 Cent. Dann machst du richtig Russen vor dem Dua, parfümierst dich mit allem drum und dran, Hohut, Mohut, alles. Hebst die Hände, gehst auf Berg Safa, extra nach Saudi-Arabien. Ja Allah, vernichte ihn. Unsere sieben Generationen. Und, 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 der hat mir 50 Cent gekauft. Abu Daud, das steht nicht im, in was? Im Verhältnis. Deswegen ein Ertida muss man aufpassen. Naam, wallahu ta'ala ane, wa ane, wa ane. Tafadda.